Hi, ich bin's, Mario, euer Segellehrer des Vertrauens. Wir sind gerade hier draußen auf dem Meer und da sind gerade meine Aufbausurfer am Start. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier haben wir die Sophia. Das war Sophia. Nein, die haben gerade gelernt, Rapids zu fahren und sind jetzt in den ersten Versuchen. Klappt wunderbar. Ich werde euch gleich noch ein paar Bilder zuspielen von unserem besten Youngster, dem Lino und dem Robert. Die kommen gleich hier vorbei. Gebrätselt. Bis gleich. Besser gesagt, hier die Bilder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mario, Servus, da ist der Alex und der Dampfen Toni und heute ist bei Selden Surf Donnerstag und am Donnerstag ist der Ausflugstag und der Alex und ich, wir haben einen absoluten super Ausflug gemacht mit einem begnadeten Wind, Nord-Ost vom allerfeinsten, wir waren drüben in Barcares, haben mindestens ein Eis und einen Kaffee con leche genossen und jetzt sind wir wieder da, hatten einen super tollen Nachmittag, war super toll alles, oder? Hatten hier ein paar Jugendfeberleute dabei, die die Vision gerockt haben Super gemacht meine Lieben, wir sind stolz auf euch und ja, der Tag ist zu Ende Morgen ist Freitag und morgen ist Regattatag, Urgenta Racing Cup und da sehen wir uns wieder, bis morgen, ciao! Rollin' 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 Stay away from drugs and the gunplay A clean conscience and you can go further Flotey money leads to jail time and murder Don't wanna run this world and be no misfits Don't end up as no statistic, yo Never give up, but never give in Now to no system, no right So, das war's soweit hier von mir Ich bedanke mich für's Zuschauen, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei Das war's Daily Surf TV, hier aus unserer Superbucht Heute mal wieder perfekte Bedingungen, Windstärke 3-4, konstanter Nordost Ich hoffe euch bald begrüßen zu dürfen bei uns Bis bald!